Ich habe halt den Quest-Text, der hier oben stattfand, habe ich halt vorgelesen. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal das ganze Gebiet erkunden. Und jetzt fliegen wir zurück nach hier wieder, um weiter zu questen. Ist das schmerzhaft. Wir sind die Schwerter in den Schatten. Ja, ähm. Die Mauer darf nicht fallen. DDR. Let's go. Übung und Disziplin, genau. Ich freue mich, es freut mich zu hören, dass ihr Linden gut geht. Unsere Verteidigungslinien halten für das Erste. Die Semantik schicken weiter ihre Speer über die Mauer, aber nicht viel weiter sind sie noch nicht gekommen. Hütet euch vor dem Westwind. Ich will auf euch zurückkommen. Bis dahin solltet ihr mit unserem Flugmeister sprechen. Ihr wird euch selbstständig kostenlos. Äh. Nation Ray Safari. Spricht. Spricht. Ich muss ein Kennkern finden. Ich muss... Kein Arsch. Äh. Genug davon. Treffen wir uns mit Nash, Nashengrold. Warte nicht erst in, äh... BLTK. Naja. Na gut. Gerade der so. Zwei. Drei. Ich würde spaßig werden. Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Äh. Da. Was sind alles wegebotene Sachen da? Ja. auch die hilfe wir machen jetzt erst mal fett stonks ja so perfekt das licht segne euch was verlangt ihr vom tod muschjagd muschern schaut euch mal an wie groß diese und wahrscheinlich so alt wie der staub auf den serum trotteln eine schöne trophy wenn ihr euch also eine groß wird jagd weisen wollte dann könnt ihr mit ihnen anfangen mögen eure reisen sicher sein hallo herr mit der schenke es ist eine weile her dass wir uns zusammen verknüpft aufgabe der jagd wann was schauen wir doch mal ob wir jetzt alle zeit eure zielvermögen genagt hat ja das ist eine gute frage berichtet mir von euren reisen gerne tiger egal welches land ich bereise diese bestien mit fangzellen sind immer noch ein thema und trotzdem hätte ich noch keine gelegenheit jagd auf sie zu machen lass uns ein paar tiger jagen ich gehe nach osten je nach westen ich glaube ich habe einige in der nähe der staubbrücken klang gesehen ich wette in der nähe dieses muschern halten sich jede menge von ihnen auf ich möge euch dieser tag freude bringen sich jede sich hier auch 15 also 30 30 vier töten naja töten wir was nicht bei drei auf bäumen ist gott sehen die hämtlich wässlich aus ganz ehrlich gott sehen die hämtlich ja kriegen wir noch ein bisschen mal was belegt das hier mit mal des jägers so dass es das immer von ihr an gesehen und aufgespürt werden kann das hier höchst sämtlichen schaden denn das sie über 80 präsent können immer nur ok gott sagen gott sagen oh mann oh mann das wird doch wieder eine längere zeit dauert hier hm 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 oh boy hm 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 so 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 Ich habe sicher das Fleisch. ich glaube wir werden erst die tiger fertig bekommen bevor wir die anderen viecher tot kriegen oh Vielen Dank.